F8 and be there. Es ist schon interessant, wie man manchmal so von anderen Leuten daran erinnert werden muss, was man eigentlich selbst predigt, weil man einfach das vergessen hat oder sich nicht mehr daran hält, aus welchen Gründen. Ihr kennt sicher Videos von mir, wo ich so ein bisschen darüber jammer, dass wieder schönes Wetter ist und der Himmel ist so blau und eigentlich hätte ich gern ein bisschen bewölkten Himmel etc. Stimmt ja, an und für sich ist Fotografieren bei sogenanntem schlechten Wetter ja an und für sich viel besser, weil die Fotos viel interessanter werden, die Motive viel interessanter werden. Ein blauer Himmel ist immer ein bisschen langweilig. Ja und dann habe ich gestern überlegt, eigentlich die Wettervorhersage ist nicht gut, den ganzen Tag über Regenschauer, es ist auch nicht so warm und überhaupt, wo soll ich denn hinfahren, was soll ich mir denn anschauen und der Fuß tut mir auch weh und ich war doch irgendwie knapp davor, dass ich sage, geh, lassen wir es einfach. Ich fahre gar nirgends hin, ich bleibe zu Hause und habe mir das Video von Thomas Hitten angeschaut, das aktuelle Video und da zitiert er einen anderen YouTuber, nämlich den Tony Northrup, glaube ich, Tony und Chelsea Northrup, ein Kanal, den ich selbst auch ganz gerne anschaue und der bringt eben genau das, F8 and be there, als Tipp fürs Fotografieren. Was meint ihr damit? Na ja, F8, Blende 8 ist natürlich eine, soll ich jetzt sagen, allerwelts Blende, so eine Blende, die halt üblicherweise immer funktioniert. F8, wenn die Sonne lacht, ihr kennt diese Regel, ich habe auch einmal ein Video gemacht über Fotografieregeln, so, by the way, stimmen diese ganzen Fotografieregeln. Natürlich Blende 8, F8 als Standardblende ist nicht ganz verkehrt, aber das Wesentliche ist das Zweite, nämlich be there, geh halt raus, mach es einfach, tu es einfach. Und das habe ich mir dann ein bisschen so zum Thema gemacht und wieder selbst mich daran erinnert, dass ich ja auch eigentlich immer euch versuche zu motivieren, rauszugehen, einfaches zu tun und habe dann eigentlich noch ein Zitat, das ist mir dann eingefallen, das mich dann letztendlich dazu gebracht hat, nämlich der alte Wilfried. Wilfried, ein Sänger, ein österreichischer Sänger, den kennt ihr vielleicht, der hat ein Lied gebracht, wo es um den Icarus geht und eine Textzeile dabei, die finde ich sehr, ja, irgendwie, großes Gewicht hat für mich einfach ist, nicht das Gelingen, nur der Versuch zählt am Schluss. Und ich habe diese Textzeile immer wieder einmal falsch in Erinnerung gehabt und habe gedacht, er singt nicht das Gewinnen, nur der Versuch zählt am Schluss, aber es geht nicht einmal ums Gewinnen, es geht auch darum, nicht das Gelingen, sondern der Versuch zählt. Der Versuch zählt. Einfach einmal rausgehen, selbst wenn es nichts wird, normalerweise, habe ich auch schon öfters erzählt, ergeben sich dann selbst, wenn das eigentliche Ziel, das man vorhat, aus welchen Gründen auch immer, nicht erreichbar ist, vom 24.5., da haben wir das gleich, da war ich gerade, eine Straßensperrung bis zum 24.5., aber die Straße war offen, jetzt bin ich gespannt, ob ich weiterfahren kann. Also wir sind schon mittendrin. Einfach einmal rausgehen versuchen, denn oft ist es so, auch wenn das eigene Ziel, das eigentliche Ziel nicht erreichbar ist, aus welchen Gründen auch immer, also falls da jetzt eine Straßensperrung für mich auftaucht, dann habe ich schon einmal das Problem. Aber oft ergibt sich dann irgendwas anderes, das auch nett ist, wo man dann schlussendlich sagt, am Ende des Tages, gut war es, dass ich rausgegangen bin und dass ich etwas gemacht habe und dass ich mir das angeschaut habe. Auch wenn das Ergebnis gar nicht vorhanden ist oder nicht verwertbar ist, ist egal, man hat es versucht, man hat Erfahrungen gemacht von draußen. Und nur alleine das Draußensein, schon alleine dieses Wald baden, diese Tetrahine, glaube ich, Tetrahine atmen, die Botenstoffe des Waldes, die uns ja auch durchaus stimmlich unsere Stimmung heben. Ja, also einfach tun, das ist auch ein bisschen mit auch wieder eine Erinnerung an mich selbst, aber auch ein, wie soll man sagen, ein Appell an euch. Wenn ihr in diesem Wickelwagel seid, wie man bei uns in Österreich sagt, also nicht ganz klar, mache ich es, mache ich es nicht, da ist schon ein wunderschöner Wasserfall, eine schöne Wasserwand, dann probiert es einfach doch. Schaut einmal, wie weit es kommt und meistens ergibt sich was. Was habe ich heute vor? Ich fahre heute ins schöne Oberbayern, bin gerade durch Bergen durchgefahren, eine wirklich sehr nette kleine Stadt, hätte ich gesagt, aber es ist eigentlich, denke ich, nur ein Dorf. Und ich fahre hier weiter zum sogenannten Wasserwandl-Wasserfall, das wäre zumindest mein Plan. Den habe ich entdeckt durch ein Video, sehr interessant, da wird es jetzt etwas enger. Bin gerade am überlegen, ob ich nicht ein bisschen da mitnehme, wenn wir da durchfahren. Also wir haben da oben so Netze gespannt, die Steinschlag quasi verhindern sollen. Ja, habe ich entdeckt durch ein Video von auch einem anderen YouTuber, benenne ich gerne auch einen Link zu dem anderen YouTube-Video, der diese Wanderung da mal gemacht hat. Es ist eine kleine, kurze Wanderung vom letzten Parkplatz weg, geht man, glaube ich, zwei Kilometer, wenn ich das in Erinnerung habe, bis zu diesem Wasserfall. Alles in allem nichts Spektakuläres, natürlich, gerade wenn man Wasserfälle kennt vom Innergebirg von Salzburg, dann ist das jetzt kein großer Wasserfall. Aber das macht mir nichts, weil oft findet man gerade bei den kleinen Sachen Dinge, die durchaus fotografierenswert sind und die dann auch es wert gewesen sind, besichtigt zu werden. Und ich habe diesen Punkt schon länger auf meiner Liste und habe eben dann gestern, nachdem ich mir auch das Wilfried-Zitat wieder angehört habe, gesagt, na, ich mache was, ich schaue meine Liste durch. Ich habe ja überall bei meinen Punkten dabei stehen. Erstens, wie weit fahre ich da hin mit dem Auto? Ich hatte also dann nicht Lust, irgendwelche Punkte zu machen, weil ich über 100 Kilometer fahre. Und der zweite Punkt ist natürlich immer noch wesentlich, wie weit muss ich denn da gehen und wie viele Höhenmeter muss ich gehen und habe dann geschaut, wo ist nicht so weit zu gehen und wo sind auch wenig Höhenmeter und habe dann eben diesen Weg da gefunden. Denn bei dem Weg kann ich auch etwas anderes einsetzen, ein neues Gimmick, ein neuer Ausrüstungsgegenstand für die Fotografie, den ich da mir zugelegt habe, der mit dem Fotografieren selber gar nichts zu tun hat, aber mir das Erreichen der Fotospots etwas erleichtert. Und den möchte ich da versuchen einzusetzen, werde ich euch dann zeigen, wenn wir dort sind. Aber jetzt muss ich ein Stückchen noch fahren, da kommt jetzt noch ein kleiner See und danach, glaube ich, gibt es die Wanderparkplätze, die den Start markieren für unsere kleinere Wanderung, die wir heute haben. Momentan haben wir leider ein bisschen wieder ein Regen, es wird den ganzen Tag über regnen, aber die Wahrscheinlichkeit, die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei unter 50 Prozent und die Regenmenge bei ungefähr einen Millimeter, zwei Millimeter, also das, was wir als Salzburger eigentlich nur als erhöhte Luftfeuchtigkeit betiteln würden. Das ist noch gar kein Regen, wobei man sagen muss, das stimmt auch nicht mehr. Es regnet auch in Salzburg. Ui, da wäre jetzt ein schönes Auto gestanden. Vielleicht werden wir das beim Heimfahren noch einmal anschauen. Und da gibt es schon wieder schöne Wasserfälle. Also, die Gegend ist wunderbar, Chiemkauer Alpen. Ich schätze mal, das sind so 30 Kilometer südlich vom Chiemsee bin ich da jetzt ungefähr. Diesen Weg, den ich heute da gehe, gibt es natürlich auch als GPS-Track. Aha, da haben wir jetzt ein Einfahrtsverbotenschild. So, jetzt wird es spannend. Gut, wir sehen uns dann gleich, wenn ich den Parkplatz erreicht habe. Ich hoffe es zumindest. Komm, wir sehen uns dann gleich, wenn wir den Parkplatz haben. Ja, das wäre einmal der Parkplatz, ob da ist ein Fahrverbot, leider regnet es jetzt ein bisschen, aber wie gesagt, an und für sich ist mir das egal, wenn es nicht mehr wird, ich habe auch eine Regenjacke natürlich dabei. Ah ja, mein neuer Ausgerüstungsegenstand, den möchte ich euch noch zeigen. Das wär's, ein Klapprad. Warum ein Klapprad? Naja, ich muss da jetzt schon noch ein Stück weiter fahren oder gehen halt, an und für sich gehen bis zu diesem Wasserfall und gehen auf der Forststraße, ich habe das letzte Woche gesehen, ist schon noch ein bisschen mühsam, das heißt, es ist mit meinem Fuß noch etwas mit Vorsicht zu genießen, daher habe ich mir gedacht, ich besorge mir so ein Klapprad und werde diese Forststrecke, die da jetzt in den Wald noch hineingeht, die auch nicht zu steil ist, mit dem Fahrrad einfach bewältigen. Wenn es zu steil ist, dann schiebe ich es halt, auch egal, aber dafür kann ich dann zurück jedenfalls mit dem Fahrrad fahren. Das wäre jetzt einmal der Plan. Zwei Kilometer in diese Richtung mit dem Klapprad und dann schauen wir uns den Wasserfall an. Ja, besser als zu Fuß gegangen ist, ist allemal. Da sehe ich schon, da gibt es auch sehr schöne kleine Katarakte, kleine Wasserfälle. Schaut schon cool aus. Dann strampel ich einmal da weiter. Steigung ist machbar. Ich bin im ersten Gang, wie gesagt, auf alle Fälle viel angenehmer als zu Fuß gehen momentan noch. Ja, und schwupps bin ich schon auf die Regenjacke umgestiegen. So schnell geht es. Ja, aber damit habe ich rechnen müssen, da kann man nichts machen. Das habe ich von oben gesehen, da gibt es ein paar wirklich schöne Teile. Das ist auch so ein Backline, das dazu einlädt, auch direkt im Bach erkundet zu werden. Aber jetzt einmal bleiben wir bei den großen Wasserfällen. Und da habe ich es von oben gesehen, da ist ein großer. Und den erkenne ich wieder. Das ist der Wasserfall, der mir in dem Video eben als Wasserwandlerwasserfall tituliert wurde. Wobei das ist nicht der Wasserfall, den ich eigentlich vorhabe zu besuchen. Also wir gehen da noch ein Stück weiter. Ja, wir gehen, weil die Steigung ist doch so groß, dass ich das mit dem Fahrrad, da gibt es keine Mountainbike Übersetzung, nicht schaffe. Das heißt, ich schiebe das Fahrrad jetzt hinauf. Dafür freue ich mich dann zurück. Kann ich drauf sitzen und hinunterrollen. Aber jetzt nehmen wir uns gleich diesen Wasserfall davor, den Wasserwandlerwasserfall. Wenn das denn ist, ich denke einmal schon. Zumindest wurde er in dem Video so benannt. Und schauen, welche Perspektiven da möglich sind. Ja, jetzt habe ich da eine Perspektive gefunden. Also ich habe eigentlich zwei gefunden. Aber das ist jetzt die erste, die ich machen werde. Ich bin da hinterbei auf so einem Fels etwas erhöht. Da sind zwei Bäume und durch die beiden Bäume durch will ich auf den Wasserfall hin fotografieren. Der linke Baum hat so da ein bisschen so dürre Äste hängen. Die gefallen mir jetzt nicht so gut. Aber was soll man machen? Das gehört dazu. Es gibt eben auch dürre Äste im Wald. Aber kann man nichts machen. Ich will es trotzdem versuchen, diese Perspektive da. Ja, das letzte Mal habe ich einiges über den Polfilter erzählt. Heute wird man mal direkt auch einsetzen. Die Frage ist nämlich da jetzt gleich einmal zu Beginn. Brauche ich da überhaupt einen Polfilter? Wir haben kein direktes Sonnenlicht. Man kann zwar die Sonne ein bisschen erahnen. Das heißt, es wird schon eine gerichtete Sonnenstrahlung geben. Aber ob uns da jetzt der Polfilter tatsächlich viel hilft, steht in den Sternen. Wie können wir entscheiden, ob wir den Polfilter verwenden sollen oder nicht? Ja, ganz einfach. Wir nehmen den Polfilter einfach, wie der ist und schauen mit dem nackten Auge durch. Weil ein Nachteil, den diese neuen, neu sage ich jetzt, so neu sind sie nicht mehr, aber doch etwas neu hat, die elektronischen Sucher haben. Im Vergleich zu den alten optischen ist, dass man durch den elektronischen Sucher den Effekt des Polfilters gar nicht so gut erkennen kann, überhaupt wenn man die Belichtungssimulation eingeschalten hat. Wozu ich ja grundsätzlich raten würde. Das heißt, man sieht immer im Sucher das Foto so, wie es dann tatsächlich ausschauen würde, wenn man es mit den aktuellen Einstellungen macht. Aber die Kamera regelt dadurch auch immer nach. Das heißt, man sieht die Veränderungen des Polfilters schon, aber nicht so deutlich wie bei den alten optischen Suchern. Daher mache ich es ganz eher so, dass ich mir den Polfilter einfach einmal zur Hand nehme. Nehme ich mir da vom Stapler runter. Magnet hält ganz schön fest. So, ich habe einmal. Den Rest werden wir da wieder schützen. Und jetzt mache ich es ganz einfach so, dass ich nur durch den Filter durchschaue. Und dann den Filter drehe natürlich. Und dann schaue ich, wie verändert sich denn die Szenerie. Das heißt, ich schaue einmal auf das Wasser. Ich schaue auf den Hintergrund des Wasserfalls. Auf die Mauer hier in dem Fall. Ich schaue auf das Laub, das weiter weg ist. Aber ich schaue auch auf das Laub, das im Vordergrund zu sehen wird. Das heißt, diese Graswischel da von mir. Und dann kann man schon erkennen, dass es da eine schöne Färbung gibt, wenn ich den Polfilter ungefähr so halte. Und jetzt merke ich mir ganz einfach, ich habe da die Beschriftung oben und unten auf zwei Seiten. Und meistens ist die Maximalwirkung immer, oder was heißt meistens? Das sind physikalische Grundsätze. Die Maximalwirkung ist immer 90 Grad von der Minimalwirkung entfernt. Das heißt, ich merke mir einfach die Beschriftung oben und unten. Habe ich jetzt die maximale Wirkung für das Foto hier, für diese Richtung, in die ich fotografieren werde. Und so werde ich dann den Filter auf der Kamera montieren. Das mache ich jetzt auch gleich. Das heißt, ich habe da meine Kameraabdeckung mit dem Adapter. Und da setze ich jetzt gleich direkt einmal den Polfilter nur auf die Adapterscheibe drauf. Decke das vorne wieder mit der zweiten Kappe ab. Hole mir die Kamera. Von der Kamera wird einmal die Sonnenblende, die Streulichtblende abmontiert und auch die original Objektivkappe. Und wenn ich jetzt den Polfilter nehme und draufschraube, dann bin ich schon gerüstet für die Aufnahme des Wasserfalls mit meinem Polfilter. Jetzt haben wir das Stativ schon hergestellt. Ungefähr wie ich es gerne haben möchte. Ich habe da also jetzt durch die beiden Fotos durch die Perspektive vor mir. Schauen wir, wie das in der Kamera ausschaut. Ah, die Kappe sollte man natürlich abnehmen. Auch die magnetische Kappe stört etwas beim Fotografieren. Ja, und das erste gefällt mir schon ganz gut. Ich zeige euch das in der Kamera wie üblich. Ja, wir haben da ungefähr der Ausschnitt, den wir dann haben. Ich werde versuchen, etwas mehr vom Vordergrund mitzunehmen. Sodass wir quasi so 50%, 60%, 70% Vordergrund haben und im oberen Trigger dann der Wasserfall ist. Von der Belichtungszeit werde ich versuchen, eher eine längere Belichtungszeit zu nehmen. Damit dieser Schleiereffekt, dieser sanfte, milchige Effekt vom Wasser da entsteht. Wir haben da genügend Wasser. Ist nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Ich glaube, der Effekt macht sich da ganz gut. Ja, Blende 8. Nein, machen wir nicht. Wir nehmen die Blende 16, denn ich möchte die maximale Schärfentiefe da haben. Von vorne bis weit weg. Ich werde vielleicht sogar ein Fokus-Stacking machen. Ich bleibe etwas weiter im Weitwinkel, damit ich dann zu Hause noch Möglichkeiten habe, das Bild ein bisschen zu beschneiden, falls es notwendig ist. Auch falls sich die stürzenden Linien, die vor allem die jetzt natürlich ein bisschen nach oben, links und rechts wegstürzen. Wenn ich das ein bisschen korrigieren möchte, dann brauche ich ein bisschen mehr Fleisch rundherum. Ich stelle scharf einmal auf den Wasserfall. Ja, ich mache die erste Aufnahme. Und dann komme ich näher ran, setze den Fokus jetzt auf das Grasfeld da vor mir. Das Grasfeld ist fast übertrieben, auf das Grasbüschel, das ich da habe. Und dann bin ich ganz vorsichtig, mache auch noch ein Foto, in dem dann das näheste Objekt, das ist diese Wurzel, da unten scharf gestellt ist. Und die Sache ist im Kasten. Gut, suchen wir uns den zweiten Platz. Die Kappe gebe ich gleich wieder drauf. Den Polfilter lasse ich jetzt drauf, weil den werde ich unten genauso einsetzen. Und ja, wir gehen ein Stück hinunter. So, kleine Planänderung. Manchmal habe ich das Gefühl, irgendjemand will mich da challengen. Ich habe nichts gegen ein bisschen Regen, aber es hat sich jetzt da doch irgendwie so richtig eingeregnet. Und ich habe da jetzt eine Zeitung gewartet bei dem anderen Wasserfall, weil ich natürlich im Regen auch nicht die Kamera aufstellen will. Und habe mir dann gedacht, anstatt dass ich da jetzt sitze und warte, bis der Regen aufhört, gehe ich doch einfach weiter, weil im Regen gehen oder fahren ist mir noch wurschter, als irgendwo einfach nur sitzen und nichts tun zu können und die Zeit verstreicht. Und die Zeit ist ja doch immer auch etwas, das begrenzt ist. Das ist halt einfach einmal so. Darum bin ich jetzt einfach weitergefahren zu dem anderen Wasserfall, der da jetzt vor mir ist. Ja, ist schon auch toll. Ein toller Wasserfall. Weil die Schichtungen, die Schieferungen von der Geologie schauen da toll aus. Tolle Struktur. Ja, jetzt werden wir schauen, ob wir uns auch noch ein Foto zusammenbringen. Ich überlege gerade, weil da gibt es jetzt natürlich auch mehr Möglichkeiten. Ich könnte wieder relativ tiefgehend den Bachverlauf mitnehmen, ganz klassisch. Oder ich mache einfach ein Portrait vom Wasser selbst und nutze die Strukturen im Fels, die sich da ergeben. Wäre etwas anderes Wasserfallfoto. Ja, schauen wir mal, ich gehe mal ein bisschen näher ran. Ja, für meine Idee wäre ich lieber etwas weiter oben. Aber ich würde es da noch sehr ungern da weiter raufkrabbeln, also wäre ich es von da irgendwo machen. Und zwar ist die Idee einfach wirklich nur frontal ein Stück des Wasserfalls zu nehmen mit dieser Schieferstruktur, die sich da abzeichnet durch diesen Bruch. Ehrlich gesagt, da habe ich für mehr auch gar keine Lust, weil der Regen einfach nicht aufhören will. Und ja, im Regen fotografieren ist es nicht unbedingt so ganz, das meine. Obwohl der Wasserfall anfühlt sich schön war und auch am Weg daher jetzt. Da gibt es einige Spots, die durchaus sehr interessant sind. Nicht nur zum Fotografieren, auch einfach so. Also das ist durchaus ein Ort, der besuchenswert ist. Wie kann man sich vorstellen, dass da bei schönem Wetter durchaus mehr Leute unterwegs sind da. Oje, die Kamera sitzt, steht auch im Regen. Man sieht da nur, wie die Wassertropfen auf dem Kamerakopf da abplatzen. Das heißt, ich werde das Ding jetzt gleich mal ausschalten. Da haben wir ein Foto machen. Zusammenpacken und wieder zum Auto düsen. Recht viel mehr geht sich da heute leider nicht aus. Der Wettergott hat es leider doch nicht gut mit uns gemeint. Es hat sich jetzt so ein richtiger Schnurrelregen eingestellt. Der ist so sicher eine Stunde, wenn ich mehr einfach nicht aufhören will. Kann man nichts machen. Aber ich werde es jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Also machen wir ein Foto und dann lassen wir es dabei. Und jetzt hat tatsächlich der Regen etwas aufgehört. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, vielleicht doch noch ein Foto von weiter unten zu machen. Von diesem Wasserfall mit diesen kleinen Fällen im Vordergrund. Das können wir noch ausprobieren. Und vielleicht mache ich dann doch noch einmal Halt beim anderen Wasserfall. Und wir machen die zweite Perspektive doch noch. Weil mir kommt vor, jetzt kommt wieder so eine kurze Phase, wo der Regen wieder etwas mehr nachlässt. Ich will nicht sagen, ob die Sonne rauskommt oder das Glück werden wir nicht haben. Aber zumindest weniger Regen ist ja schon einmal etwas. So, und da zeige ich euch jetzt auch geschwind, wie das jetzt ausschaut. Nämlich, weil man da jetzt den Effekt vom Poolfilter auch wieder gut sieht. Ich weiß schon, das ist jetzt eine etwas oft genannte Technologie, dieses Poolfilter-Thema. Aber wenn man da jetzt dreht, seht ihr schön, wie rechts oben in dem Bereich die Reflektionen da schön weggenommen werden und dann gleich wieder kommen. Also es gibt nur einen ganz schmalen Bereich, wo man dann dafür sorgen kann, dass man da weniger Reflektionen hat. Sonst ist das alles da eine mehr oder weniger weiße Fläche da oben. Wir wollen das natürlich nicht, daher den Poolfilter etwas weiter drehen. So, und da möchte ich jetzt etwas mehr im Vordergrund diesen Wasserlauf haben. Mir gefällt die Position da jetzt gar nicht so gut. Aber weiter nach rechts komme ich nicht, weil da dieser Baumstamm steht und den ein bisschen weg transportieren. Manchmal muss man ein bisschen eingreifen. Dann finde ich, ergibt sich da eine schönere S-Kurve da. Dann sind wir viel besser, was das Wasser betrifft. So, im Hintergrund schön der große Wasserfall. Und im Vordergrund nutzen wir da einfach den Bachlauf, der weiter schön in einer S-Kurve das Foto ausmacht. Dann würde ich sagen, wir machen das Foto. Und ich würde sagen, ich fahre wieder zurück und vielleicht, wenn das Wetter so bleibt, machen wir noch eine Aufnahme bei dem anderen Wasserfall. Ja, und schon sind wir schon wieder bei unserem ersten Wasserfall. Ich bin direkt ein bisschen außer Atem. Auch wenn es bergab geht, dann geht es da hin. Dann macht das Fahrradfahren schon Spaß, wenn dann der Regen vorbei ist. Ja, der Regen vorbei. Das Wetter hat sich wieder ein bisschen beruhigt. Zum Glück können wir jetzt noch diese zweite Perspektive machen. Wenn ich nur da runter schaue, das alleine, dieses Bild da unten, wäre ja auch schon ein Wahnsinn. Also, da muss man unbedingt nochmal herkommen. Vielleicht an einem heißen, schönen Sommertag. Das würde mir Spaß machen, da einfach das Bachbett entlang gehen. Momentan traue ich es mir noch nicht so ganz zu. Ich merke schon ein bisschen, dass es noch nicht so funktioniert. Nicht allerdings bei den Steinen herumkrabbel, aber ja, wird es schon werden. Jedenfalls toll, dass wir da sind. Und ein Foto machen wir noch, oder eine Perspektive. Ja, jetzt muss ich eh schon wieder schauen, dass ich das Foto schnell mache. Weil da hinten wird es schon wieder dunkel. Also, das mit der Sonne bleibt halt nicht lang. War auch so vorhergesagt. Die Idee wäre jetzt von da, ziemlich knapp von dieser Wand ein Foto zu machen. Über diesen kleinen Wasserfall, den ich da von mir habe. Und im Hintergrund soll dann der große Wasserfall sein. Und ich möchte im Vordergrund dann diese Blümchen noch haben. Also wirklich ein Foto, das dem rechten Rand entlang in die Tiefe führt. Ungewöhnlich, also der Vordergrund ist rechts, nicht unten. Aber da sind so schöne Blümchen und ich denke, die machen einen guten Vordergrund. Das will ich jetzt noch versuchen. Wir haben da einen sehr schönen Vordergrund auf der rechten Seite. Ich zeige es euch wieder im Video. Da diese kleinen Blümchen da vorne, da unten nicht. Da verläuft dann sehr schön an der Seite der Wasserfall. Da der kleine und im Hintergrund dann der große Wasserfall. So in der Art habe ich mir das vorgestellt. Werden wir noch ein bisschen fein justieren. Leider haben wir, obwohl wir Bewölkung haben, wieder keinen schönen Himmel. Das ist einfach jetzt nur drauf. Kann man nichts machen. Und 0,8 Sekunden Belichtungszeit ist okay. Wir haben Blende 16 eine ausreichend große Schärfentiefe, um da auch schöne Überlappungen zu bekommen. Für das Fokustecking, dass ich natürlich auch da es machen werde. Ich mache das jetzt direkt mit dem Touchscreen. Das hat den Vorteil, dass ich die Kamera nur minimal berühren muss. Und ich suche mir in der Realität, wo haben wir den nächsten Punkt, den ich scharf stellen muss. Ich nehme diesen Felsen da. Die Kamera stellt scharf und löst automatisch dann gleich aus. Dann nehmen wir als nächstes, würde ich sagen, den Felsen da vorne. Die Kamera zeigt zwar ein bisschen eine Überbelichtung. Das ist mir aber relativ egal, weil da wo die Überbelichtung stattfindet, ist nur grauer Himmel. Also das macht mir gar nichts aus. Schauen wir mal hinein. Sind die 100% an sich. Dann können wir uns das da herausholen. Also man kann da am Schirm die Härchen von der Blume erkennen. Ich würde sagen, das passt. Das hat funktioniert. Ja, ist schon auch ein schönes Fleckerl dann. Durchaus sehenswert. Ich glaube, es war schon gut, dass wir durchgehalten haben. Ich habe wirklich schon überlegt, wie es zuerst so regnen begonnen hat, ob ich nicht abbreche und auch anders mal herkomme. Aber es hat sich ausgezahlt. Denn eines meiner schönsten Fotos meiner Meinung nach, was mir am besten gefällt, aus der Taugli ist bei Regen entstanden. Und ich glaube auch da, dann ist jetzt die Stimmung ganz gut. Diese nassen Felsen machen einfach ein ganz anderes Bild, als wenn alles staubtrocken ist und dumpf ein bisschen. Ja, dann kommt jetzt noch der schönste Teil, das Zurückradeln zum Auto. Jetzt muss ich nicht mehr gehen, freue ich mich drauf. Einfach draufsetzen und dahin geht's bergab. Ja, und dann fahren wir heim. Ja. 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 So macht es Spaß. Mit die ewige Halscherei da auf den Forststraßen. So. So. Da ist ein klein. Dann Lenker runter. So irgendwie, denke ich, war das. Zentralgelenk. Dann zentraler Gelenk. Entsichern und einklappen. Irgendwie war es nicht ganz so. Ich glaube, das kann man noch einmal. So. So geht's glaube ich. Wie auch immer. Vielleicht noch. Vorher den Stänger ein. Klappen. Eigentlich denke ich ja, das soll von selber stehen, wenn es zusammengeklappt ist. Das tut irgendwie nicht so ganz. Ja. Egal. Hauptsache es passt in den Koffer rum und Hauptsache jetzt beginnt es wieder zu regnen. perfekt. So. 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 Ja und schon sind wir wieder am Weg nach Hause. Ja ich glaube, wir haben dem Wilfried heute Genüge getan. Nicht das Gelingen, nur der Versuch zählt am Schluss. Das war heute sicher mal ein Versuch da an dieser Stelle und da gibt es ganz ganz viele Möglichkeiten da noch tolle Fotos zu machen. Also ich möchte da auf alle Fälle wieder herkommen. Ein Punkt, der sich ja ein bisschen als Perle herausgestellt hat, obwohl ich das eigentlich gar nicht gedacht habe. Zuerst war ich eigentlich der Meinung, das ist ein nicht so interessantes Tal, nicht so besonders spannend da. Aber nein, es ist sehr spannend, es ist sehr schön, sehr interessant. Mich hat es auf jeden Fall gefreut, dass ihr heute wieder mit dabei wart und wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, euch das Video also anscheinend doch ein wenig gefallen hat, dann schlage ich vorher, schaut es euch doch ein bisschen auf meinem Kanal um. Ich habe ganz viele Videos, wo es darum geht, dass ich Locations erkunde mit meiner Kamera. Entweder geht es mehr um die Kameratechnik, die ich dann erkläre oder es geht etwas mehr um die Location, dann ist die Kameratechnik nicht so im Vordergrund. Schaut euch einfach meine Videos an, da gibt es wirklich mittlerweile einiges Interessantes für euch zu entdecken. Ja, somit bleibt mir nur euch viel Spaß beim Fotografieren zu wünschen und wir sehen uns ja dann hoffentlich das nächste Mal auf meinem Kanal. Tschau und pfiert euch! Tschau und pfiert euch! Tschau und pfiert euch! Tschau und pfiert euch!